so muss noch mal schnell abrechnung machen ... So Hey, Louis, servus, ey, was geht? Servus, Louis, ey Louis, servus Hallo, Louis, servus Louis Hey, hey, player, servus, was geht, ey? Eine Sekunde, ich mache gerade Abrechnung Aber mir geht auch nicht viel Ich bin gerade aufgestanden Na, vor Vor 15 Minuten Na Komm mal hin Komm mal hin Ich mache mal zu, ja? Komm mal hin, Schatzi Komm mit Eine Sekunde, meine Katzen So, jetzt 180 Baulandung auf Steam Für Jedi Ich habe es heute schon gesehen Ja Ich habe ein kurzes Video gesehen Ja, ich habe das Video nicht angeschaut Aber ich habe gelesen Sehr schlecht auf Steam bewertet worden Und Und, äh, ja Man muss sich halt eigentlich nicht sehen, ne? Ganz, ganz crazy, ey Die Performance soll ja unterirdisch sein, ne? Schade, dass es hier Bei Playstation, ne? Hier gibt es ja keine Bewertungen, ne? Ist nicht so wie Nicht Ich habe das jetzt nicht gesehen Zumindest bei Xbox Da kannst du ja alles bewerten Was du gekauft hast, ne? Zum Glück Das finde ich auch gut, sowas, ne? Wenn ich ehrlich bin Hey, Anostera Servus, was geht, ey? Servus, was läuft, ey? Krass, ey Der Anostera hat eine Eins vorne, ja? Was geht? Servus, wie geht's dir, ey? Anostera Das hört sich an Wie ein griechisches Hauptgericht Na? Oder Anosteras Das hört sich an Wie ein griechisches Hauptgericht, ne? Wie? Du zockst immer so viele Spiele Wie kann die da langweilig sein, ne? Kann ich nicht verstehen Also ich habe mal aus meinen Aus meinen vielen Spielen Die ich mir die letzten Wochen Gekauft habe Eine kleine Ein kleinen Stapel gemacht Was ich die letzte Zeit spielen Die nächste Zeit spielen werde Ich kann euch sagen Was ich nach Star Wars spiele Ich werde nach Star Wars definitiv Werde ich Returnal fertig spielen Dauert, dauert ja nicht mehr lang Ich habe ja schon das meiste, ne? Dann, äh Genau Das zock ich danach Jetzt zock ich Resident Evil Village nochmal Aber auf der Playstation Und danach Kann gut möglich sein Dass ich, äh Resident Evil Zero spiele, ne? Kommt jetzt sowieso nichts Schauen wir mal, ne? Bist du das mal? Äh Gar nichts mehr dann Dann nichts, nichts Nach 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 Star Wars Kann man eigentlich spielen Na? Eigentlich Also Star Wars ist jetzt das Letzte Spiel Wo ich weiß Was kommt denn danach Überhaupt nichts mehr, ne? Erstmal Ich weiß es Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Boah, keine Ahnung, ey Ja, wir werden erst mal Ding spielen, ähm Am Sonntag Äh Wie heißt es? Ähm A Way Out Äh, das hat nicht gespeichert Von gestern Jetzt darf ich noch mal Den Boss machen, äh Man, was ein geiler Kampf, ey Angst Schwach Als Ersten kam Ich hab heute noch nichts gemacht Und darf gleich einen Boss machen Ja, schauen wir Verzweifeln Ihr verschwendet Energie Was, das? Armselig Stellt euch Hey, Kottets Stimmt Schwach Trivial Angst Dieser erbärmliche Orden Für den Tag bereuen An dem er mich verraten Und Tennelor aufgegeben hat Anfänger Was? War's das? Dürftig Stehen und käft Kälfe bitte Was das? Was? Komm, hör auf jetzt! Sterben! Das ist geil, was du willst von mir, ey. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Dramatisch fängt der Stream gleich an. Way out, ja. Das müssen wir schnell durchspielen. Ich bin echt euer Feind! Das geht schon schnell, der Way out. Und wir müssen Dying Light noch, ne? Haha, Dying Light. Das hast du dir das umsonst geholt, na? Ravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Schlüssel nach Tenalore. Meinte Kree Dagon? Wie konnte sie Tenalore jemandem wie ihm anvertrauen? Aber für Dying Light brauchst du einen einigermaßen guten Charakter, ne? Äh... Äh... Hier, Luis. Das sag ich dir gleich, ne? Du solltest einigermaßen... Du solltest gut klettern können, ne? Weil sonst, äh... Weil sonst, äh... Wird es problematisch. Servus, Max! Ich find's gut auf jeden Fall, ey! Ich find's... Ich find's gut! Ich find's... Ich find's sehr gut, ey! Okay. Die Performance ist ein bisschen, äh... Ja, so ein bisschen, äh... Ja, was soll ich sagen, ne? So... Es ist halt okay, ne? Aber sonst... Ist das Spiel ganz gut, ne? Also, ich halt mich noch ein bisschen zurück mit dem begeistert. Einfach aus dem Grund... Ich möchte wissen, wie viele Bossfights hier kommen, ne? Aber es hat unseren Orten nur gespalten. Ich hoffe, hier kommen noch mehrere von solchen Bossfights. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagen. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Boah, wie viel es gleich gegeben hat. Oh, shit! Okay, ey! Ich kann's nochmal machen? Okay. Hey, servus, was geht? Servus! Das ist... Das ist... Das ist Rick, na? Rick, du bist es, oder? Silikram! Was geht ab, ey? Hahaha! Keine üble Aussicht! Was, Kumpel? Auf Grease und Bord, inzwischen die Mentors... Okay. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Du bist Rick, ne? hier... Bestimmt auch wieder Rick, ey. Du bist okay! Ich muss mich konzentrieren. So, Fähigkeiten. Was haben wir hier? Ja, Rick. Der ist Frühaufsteher geworden, ne? Müsste ich schon fast sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vorwärts, BD. Ach so. Ja, dann mach doch irgendwie anders geschrieben, Rick. Rick, äh, was weiß ich. Rick Mark 69 oder so. Keine Ahnung. Na? Du bist neu hier, oder? Ja. Hey, Johnny, servus. Was geht, ey? Der ist dieser Typ. Ein begeisterter Ander. Ich hab mich ausgeschlafen, ja? So ein bisschen. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Ich wollte eigentlich streamen, aber ich hab mir gedacht, ich leg mich nochmal hin, ne? Bevor ich, äh, hier das Stream anfange. Genau, schreib mal anders irgendwie, Rick. Was weiß ich. Der Walking Rick oder sowas. Oder der... Zombie Rick. I don't know. Na? Das ist zu glitschig. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Was? Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Bringen wir das zu Doma. Irgendwie sowas. Ricky Martin. Ja, genau. Irgendwie sowas wird es schon funktionieren. Okay, hat nicht funktioniert. Mal wohin, wohin? Hier lang. Hier lang. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Und was hast du gefunden? Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Ganz ruhig. So. Jetzt hab ich ein neues Rad hier. Es gibt eine Trophäe mit einem Reittier in den Abgrund. Laufen, springen, wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall das sofort erledigen. Ja, was macht man nicht alles für eine Trophäe. Ich hoffe, ich kriege das Tier danach auch wieder. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Okay, haben die... Ach, warte mal. Ich weiß schon was. Ich weiß schon. Bestimmt muss... So muss man das. Haha, Ricky Zombie. Ja, siehst du, ey. Boah, will ich krass. Okay. Doch, haha. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Wo ist jetzt mein Reittier? Ich hab wahrscheinlich jetzt keins mehr, ne? Der Ricky hier. Rick, der alte Zombiejäger. Ich sag ich doch, so geht's auf jeden Fall. Ich hab gestern, der, der, der Electric zum Beispiel, der mir mal eine Anfrage geschickt hat vor langer Zeit. Vor langer Zeit. Der hieß halt zum Beispiel Black Nick. Ich hab halt nicht gewusst, wer das war, ne? Und los. Und hier bei Rick mit seinem Namen, äh, Ziddlecram, oder wie das heißt, es soll. Ja, ich muss erst mal lernen, wie man das ausspricht, richtig, ne? Ziddlecram. Ziddlecrum. Ich hab Hallo? Kommt der jetzt? Männer? Jetzt sag nicht, ich darf wieder da hoch, oder? Hey Rick, was geht ey? Boah, ist das blöd gemacht hier ey. Was läuft Rick? Jetzt bist du Rick Rick, oder? Geh weg von meinem PC! Was willst du hier schon wieder? Geh weg! Geh weg! Such dir da... So! Wo willst du hin, ey? Ey, man muss wirklich hier aufpassen. Man darf wirklich nur einmal x drücken, sonst springt man hier runter. Genau. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Notfall. Geh weg! Okay, Rick, klasse. Und los, BD. Ach so, ey. Eine Sekunde. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen üben hier. Kisse. Ein Game, was ich gar nicht mag. Nee, hab ich eigentlich nicht. Boah, doch, ey. Wenn ich ehrlich bin, Elden Ring. Na. Aber nur wegen den Endgegnern. Atomic Heart ist das Spiel, was ich am meisten bereue. Bei Elden Ring liegt es wirklich nur an diesem Übertriebenen. Sonst finde ich es echt klasse, ne? Ah, der Atomic Heart war ja ganz gut, ey. Wenn es nicht so verpackt wäre. Bei Elden Ring hat es mir nur geschlafen, dass es immer so übertrieben war. Da kriege ich jetzt schon wieder schlechte Laune. Oh, Mann, ey. Ich kann nicht mehr. Atomic Heart war cool, ey. Ich werde es auf jeden Fall noch mal spielen. Da werde ich nicht dran vorbeikommen. Wegen der Platte. Ja, ich brauche das. Ja, mit dem Übertriebenen andauernd hier. Wie ist das? Bei Atomic. Bei Atomic hat es mich nur geschlafen, dass die Trophäen verpackt waren, ne? Aber 0,3% der Spieler haben es ja schon. Also es sind schon einige geworden. Ich hätte auch schon fast alle, ne? Fast alle hätte ich schon. Bei mir war das einfach nur verbuggt, ne? Die arbeiten schon am zweiten Teil. Die sollen den ersten Teil erstmal richtig machen, ne? Schaut mal, das ist alles verbuggt. Das ist verbuggt gewesen. Das, 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 das hatte ich nicht. Das war verbuggt. Das war verbuggt. Das war verbuggt. Na? Das war auch verbuggt bei mir. Das nicht. Doch. Töte Beliash mit einer Nahkampfwaffe war bei mir auch verbuggt. Auch verbuggt. Na? Ja. Den Rest, den Rest hätte ich. Alles verbuggt. Geil, oder? War schon geil, ey. Pah! Schon richtig creamy, oder? Wo bin ich denn hier? Aber nicht schlimm. Hey Swampy, servus, was geht, ey? Sorry, hab dich. Hab dich. Sorry, hab dich jetzt. Ich hab dich nicht gesehen dazwischen. Eine Sekunde. Ich hab dich nicht gesehen. Bidibar? Ein Moment. Wie geht's dir Swampy, ey? Bidibar? Was ist das? Servus, was geht's Swampy, ey? Was? Und zwar. Wah hey, Blonny, was geht's Supost? unanim. Und zwar. Alles Gutes freut mich. Ey Swamp, ich hab gestern auch bei Instagram äh dasselbe gekriegt wie du mit dieser Frau, na, die mir gefolgt ist. Es ist alles selbe. Ja ich glaub, ich glaub's auch, ey. Total hängen geblieben sowas, ne? Oh Mann ey, ne? Ich konnte nicht mehr auf jeden Fall. Bereit BD? Na, wie alt war die 40? So ne Milf war das glaub ich, ne? Spaß muss sein, ne? Ich hab mich selber gewundert, weil ich hab gestern Abend, hab ich mal reingeschaut, ne, kurz bevor ich ins Bett bin und denk mir, fuck ey, das ist wahrscheinlich die selbe, die im Swamp ja auch die ähm ne Anfrage oder ein Follow geschickt hat, ne? Da sind sie. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es gar nicht, ich hab's mir gar, ich hab gar nicht noch, ich muss ehrlich sein, ich hab gar nicht, ich hab gar nicht auf den Namen geguckt, ne? Ach Mann, ist es gut oder schlecht? Ich weiß es nicht, ne? Ja, so ist es halt, ne? So, was war hier? Hier war gar nichts, oder? War hier nichts? Ich kann hier kein Neckar rufen. Geblendet. Ich weiß... Ja, ich hab so alles analysiert und hab halt gemerkt, das ist fake, ne? Ich hab ein bisschen gebraucht, um das alles zu verarbeiten, na? Würde ich sagen, ja. Ich denk schon. Crazy wie der klettern kann, ne? Bleibt es stehen oder bleibt es stehen? Ich geh erstmal da hoch. Ja, genau, das war's dazu, ne? Diese Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Cowboy gesehen haben. Weil ich hab gestern, ganz ganz heftig, ich hab 63 Zuschauer hatte ich, ne? Sieh dir das an, bitte. Ich hab 62, 63 Zuschauer hatte ich. Heute, heute Nacht um 12, 1 Uhr, ne? Ja, ich bin sowieso nicht auf Insta. Ich hab's, aber nutzen tue ich's nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ne? Vielleicht muss ich eher für die Girlies, ne? Vielleicht muss ich eher für die Girlies, ne? Dich interessiert Insta nicht, aber du hast... Du hast... 11.000 Follower, ne? Okay, krass, ne? Auf jeden Fall. Also da würde es mich dann auch nicht mehr interessieren, ne? Der ist hinten, Milf? Okay. Hä? Was ist hier los? Bei mir auch. Boah, ist hier reudig, Alter, ey. Boah. 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 Boah, blocken sofort. Boah. 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 ok echt so viele das ist krass auf jeden fall gehen wir das ist krass navigationshilfe ich habe hier drüben was ist das für ein gerücht überhaupt crazy crazy hat du es selber fotografiert was darf sein wie wäre es mit einem schluss du bist ich hab dich im bald gesehen erinnerst du dich ich heiße tor ich bin historikerin zurzeit freiberuflich auch ein freiberufler planst du weitere erkundungen natürlich ich bin zum ersten mal außerhalb des midrim aber ich sehe schon dieser ort ist ein schatz vor jahrhunderten wollten die leute unbedingt unter einem neuen himmel leben und sie haben sich eine verdammt lebendige welt ausgesucht lebendig ja hey gib bescheid wenn du noch mehr von diesen kammern findest ja das werde ich ich habe in einer meditationskammer gehört dass du sie dir ansehen leider nicht der weg dahin verlangt echtes akrobatisches geschick und ich ich könnte als versuchen tor versuchen und das sagt der typ der basaltsäulen so schnell erklettert wie ich brauche um das datum in meinen feldnotizen zu schreiben fehlerfolge zwei moron hör mal freund wie heißt du moran du wirkst wie ein anständiger bursche vielleicht bist du nur der neuste idiot der sich mit den bettlam raiders angelegt hat aber vielleicht bist du wirklich eine ehrliche haut in jedem fall wird dieser ort dich ausbluten verschwinde solange du kannst es vermerkt es ist etwas sehr merkwürdiges passiert ich genoss vorhin einen erfrischenden spaziergang frischen den spaziergang wenn man so was erfrischend habe ich dabei ein überaus seltsames paar am anderen ende des tals gesehen die eine war groß und schweigsam der andere klein und geschwätzig sie untersuchten gerade irgendeinen tierkadaver sah ganz nach deiner art von arbeit aus das habe ich verdient hast du da draußen was brauchbares gefunden tonnenweise sobald was kaputt geht oder die raiders auftauchen lassen die leute alle stehen und liegen cowboy ist eine goldmine für schrottsammler wie uns da hast du recht so ich glaube ich werde mal so ein gerücht machen er deckt sogar seine cantina sofas mit potoli gewebe ab typisch gris gerücht das habe ich schon gemacht aber das ist wahrscheinlich egal ich mach mal was anderes das andere gerücht das ist hier drüben das ist ja rechts da rechts da ist hallo reißender hallo keine sorge wegen der bestie sie mag keine fremden genau wie der berg seid vorsichtig wir versuchen es der bestie das ist bd1 meine kleine alte mama hat mich skuwer steff genannt ich bin skuwer der fischer in pailun saloon gibt es einen fisch tank der etwas aufmerksamkeit vertragen könnte dieses wasserloch voller landratten unten im tal gut 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 vergessen meine frage ich mache es wir treffen uns im saloon und ich sehe mir diesen sogenannten tank mal so das schon fertig hier recht jetzt aber da oben ist auch noch was ich komme ich doch mal schon hier auf den rückweg hin was ist das von hier funktioniert der lift wohl nicht stark sch schlapp 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 mal sehen was da vor uns liegt, Kumpel Ich muss meine Mitte finden Das wird nicht einfach Also Bugs und Bugs habe ich nicht Ab und zu Performance Probleme, aber das ist mir wohlständlich gesagt Halb so schlimm Halb so schlimm Der Island 2 fallen jetzt sauber, mein Glückwunsch Hey, kein schlechter Fund War auf jeden Fall okay, Dead Island 2 Ich würde gerne den ersten spielen Dafür bräuchte ich aber drei Leute wegen den Online Trophäen Ach, Dead Island, ey, geil Ich habe mir heute wieder ein paar Videos angeschaut Ich muss sagen, schade, dass es so kurz ist, ne? Schade So, hier haben wir auch ein Gerücht Schau mal, man kann hier überall Schnellreise machen Das ist so geil, ne? Ja, nee Ja, das kann dauern Das Spiel, das ist länger Und das Review, das wird auch nicht abschließend sein Weil Ich kann dir sagen Das Spiel ist Noch nicht optimiert, ne? Das merkst du, das ist noch nicht fertig Also was Performance angeht Der Rest ist auf jeden Fall in Ordnung Da fehlt halt so der letzte Feindschliff, ne? Und ich denke mal, bis die Performance hier richtig läuft, dauert es noch ein paar Wochen Die Kammer der Hohen Republik Where is this? Nicht Dead Island 2, der erste Auch Den müsste ich auf jeden Fall noch spielen Also ich müsste ihn gerne auf Klartemachen Das habe ich gebraucht Das habe ich gebraucht Mehr geht's nicht gut, Kumpel Hey, Bruder! Los, hol sie noch an die Wo bin ich jetzt überhaupt hier? Ich denke mal, ich bin sogar richtig, ne? Wo ist die Kammer? Ah, nicht da runter Okay, ich kann da nicht runter Oh, ich kann da nicht ja so ist es heim so müsste dann gehen wir mal da lang hier ist ein Torbogen ich kann ihn nicht was spielst du jetzt Schelmi? spielst du überhaupt was gerade? ich habe noch einen Klumpen gefunden so ist es er droppt hier die Klumpen wow 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 oh das wird wahrscheinlich da drüben sein jetzt weiß ich es er ist auf der flucht bewegung nicht so nah er ist recht schnell so dann machen wir es nochmal ich hoffe jetzt besser ich hoffe jetzt krass mann, kann ich voll was probieren beim nächsten mal bei was zelt? los, was redest du jetzt? bei dead island 1, wenn ich spiele na monika oh man ey das ist ein moment der ok was ist hier los? oje der ist so heftig da ich brauche Hilfe ach guck dir das, der kann so schnell angreifen ich kann das nicht ich kann das nicht vielleicht muss ich das anders probieren na, ich muss das mal anders probieren nicht so da oben ist auch ne kiste und hier gehts ja 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 das ja 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 jetzt so übertrieben anders ich muss anders probieren ich muss es mal anders probieren ich komme nicht klar auf den gegner weil es dauert zu lange das ausweichen links rechts der ist so schnell er macht eine attacke nach der anderen ja jetzt mache ich BD? Gib mir einen BD! Ach Leute! Jetzt seh ich nichts, ne? Noch mal! Krass einfach, ne? Ganz, ganz krass! Ganz, ganz krass! Ganz, ganz krass! So! Noch mal! So! Da fehlt ein... So! 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 Crazy, was ein Gegner-Nam! Wow, was ist hier? Aha! Das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, der Boss war nicht umsonst da oben, der Miniboss kann man immer brauchen. Die Bräder sind glücklich, aber das ist so gut. Sachte, sachte, Junge, das hier ist ein wahrlich seltener Fang. Was ist das? Der sagenumfobene Fahrfisch. Seine Geschichte ist voller Gier und eine Tragödie, die einen bis auf die Knochen durchnässt. Es gibt nur noch wenige Fahrfische wegen ihrer schmackhaften Drüsen. Aber ich will die arme Kreatur nicht um ihre Organe erleichtern. Ich muss... Ach so. Sie vorgefunden hat. Eine Welle ist nur so gut wie der Stein, mit dem du sie verursachst. Wie wär's jetzt mit deiner Geschichte, Junge? Willst du jetzt die Ohren aufsperren und dir die Geschichte von Skuva anhören? Wenn du Geschichten erzählst, hören wir zu. Dann bist du ein Narr, Junge. Meine Geschichte bringt dir nichts außer Graf und Kummer. Okay, also. Wenn du keine Geschichten erzählst, werden wir... Na schön. Ich erzähle sie dir. Weil du darauf bestehst und auf deine eigene Gefahr. Meine Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf an einem eisigen Ufer von Sakavita. Meine Heimatwelt. Nächte schwarz wie Quellfisch in Reihen. Winter so kalt, dass ein ernster Blick dich in Glas verwandelt. Wohl nicht der einfachste Ort, um aufzuwachsen. Schwierig. Ei. Vom Zeitpunkt, als einem die Muttermilch auf der Zunge einfriert, bis zum Moment, wo du im gefrorenen Gewässer untergehst. Weißt du, die Fische, die hatten es dort schön. Sie hausten tief unter dem Eis, wo warme Strömungen tanzten wie Fähnchen im Wind. Eine so seltene Beute zu angeln ist, wegen der großen Fischknappheit, kein leichtes Unterfangen. Aber trotz meiner jetzigen Bauchschmerzen war es ein friedliches Leben für einen kleinen Samarjahner mit einem Talent für die Angelrute. Du hast dein Talent also früh entdeckt? Ich hatte so... Sehr interessant, oder? ...dass kaum die ersten mickrigen Haare auf meinem Kinn sprossen, als ich bereits eine Audienz erhielt. Bei Undern. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Ach, schaut her. Jetzt habe ich sogar was bekommen. Wo bin ich denn hier überhaupt jetzt schon wieder? Hier bin ich schon wieder wo ganz anders. Das ist zwar immer noch die erste Spielwelt, ne? Immer noch. Dieses Terminal wird warten müssen. Das ist immer noch das allererste. Die allererste Welt. Na. Gucken. Danke, Mohamed. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Was war dann da oben? Ich habe wahrscheinlich da oben irgendwas... vergessen. Nein, ich kann nicht da drauf, ne? Klappt nicht. Also ist da oben nichts. So, dann mache ich auf jeden Fall die Kammer jetzt. Wo war die? Wo war die? Wo war die? Da drüben. Okay. Eine Jedi-Kammer. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. So, hier gibt es dann wahrscheinlich wieder einen Perk. Hundertprozentig. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Was ist das überhaupt hier? Ach so. Das ist eine... Stopp, 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 stopp. Da muss ich nochmal runter. Okay, malte Svenja. Okay, malte Svenja. Okay, malte Svenja. Oder ich mach's anders, ne. Ach man ey. Stopp. Mach's so. Ciao. Oh, ne. Ne, da hab ich keinen Bock drauf. Nein. Die Kugel ist jetzt weg, na? Ja, ist sie. Ach, Jan. Ja. Das muss ich anders machen, das geht nicht. So, jetzt kann ich... ...was hier machen. Na? Der Maria Milf. Ach, Mann, ey. So, hier geht's nochmal... Da drüben ist auch noch was. Da ist nochmal ein Echo. Ach so. Nochmal hier rüber. Hier ist auch nochmal eine Kugel. Da drüben ist ein Schalter. Da drüben ist ein Schalter. Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche auf jeden Fall... Da geht's auch nochmal lange. Ey, wo's nicht überall hier lang geht, ne? Was ist hier mit dir? Ich brauche noch eine Kugel. Ich brauche noch eine Kugel. Noch eine. Noch eine. Wohl ich mach das mal so. Ich brauche noch einen Schalter. Ich brauche was hier. Das ist doch so. Du bist doch nicht immer... Das ist doch nicht immer so. Du bist so. Du bist so. Was ist denn Swampy? Es ist hier unten. Schau mal her. Ich muss da die Kugel einfügen, aber erst mal heben mir das auf. Ich brauche nur eine dritte Kugel und das war es. Jetzt kann ich hierher. Kann ich das nehmen? Kann ich. Schau her. Du bist raus. Krass. Gute Nacht Swampy. Gute Nacht. Mach's gut. Aber das geht nicht weg. Nochmal. Dann probieren wir es halt mal so. Noch ein Stück. Ah, schau mal, hier wird sogar angezeigt. Jetzt kann ich hier runter, Echo, also jetzt kann ich die Kugel von hier nehmen, genau, hier rüber, was ist denn damit, das ist immer noch zu, schauen wir, da kann man durchspringen, hundertprozentig, da habe ich es, oder, oder doch nicht, weiß es nicht, Beschicklichkeit, nein, doch, ich habe es, das habe ich auch, aber was ist dann hier mit überhaupt, stopp, das ist nur noch, genau, wo ist das Wasser! Nochmal Auch nicht Was ist das? Ach so Ich habe es schon gesehen Hier brauche ich aber noch eine Kugel Ich muss die Kugel reinschneiden Das heißt Ich muss mich Das hat funktioniert So, dann kann ich das gleich wieder nehmen Dann kann ich das gleich wieder hier rein Und dann war es das hier schon in der Kammer Dann habe ich alles Nein, 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 nein Stopp, ich gehe lang So, das war es Davon muss ich alle im Spiel machen Dafür gibt es sogar eine Trophäe Es sind noch einige Perks Habe ich gesehen 25 Stück Also müssten es dann 25 Kammern sein So, dann kann ich zurück Dann mache ich die Planeten fertig So, Boni Geschicklichkeit, Kosten Wurfschaden Ja Habe ich nicht Ich kann kein Nichtschutz schmeißen Noch nicht Boah, hier habe ich ja auch noch welche Aber hier komme ich nicht hin Oder wo ist es Was ist hier überhaupt 20 Sekunden Ich muss das Fenster zumachen Obwohl, nein Nein, ich lasse es offen Ich lasse es offen Oh, das ist ganz schön Ladezeit, oder? Wo ist es jetzt? Los ist es Schütz Wir sehen, was wir hier finden so bin ich hier freut mich dass du es geschafft hast am anfang hat er keinen guten eindruck gemacht es war klug von mir in drei mal zu schrubben dann der filterwechsel das sah ja aus als wollte jemand ein weichtier durch ein sieb pressen das wollte ich nicht hören geil oder ein aquarium weil ich schon immer ein sauber sehen auf jeden fall ich muss dir etwas gestehen und jetzt kommt von den geräten die ich rames verkaufen wollte gibt es im tal noch mehr in einem gebäude in der mitte du kannst es nicht verfehlen ich dachte du gehst dahin siehst es dir an und was du findest teilen wir halbe halbe mal sehen törgel so bin ich jetzt hier jetzt raus das muss ich mir merken so der dachgarten deine samensammlung platzbedarf gartenübersicht was für eine aussicht ich wette mit etwas hilfe könnte ich hier oben einen tollen garten anlegen auf jeden fall so ich würde sagen ich mach mal weiter oder immer weiter obwohl was war hier untersuchen kehren wir zur grüße an bord zurück erzählen wir ihnen was wir gefunden haben sieh du siehst aus wie neu in der tat dieser mechanische mixologe kein wunder wirken ich muss es wissen haben sie den schlüssel nach ternalor gefunden es ist kompliziert wir werden ihn finden munk hat mir gesagt was passiert ist während ich schlief dass der orden der jedi nicht mehr existiert muss furchtbar für sie sein wir haben beide viel durchgemacht aber es muss weitergehen kerl denn was bleibt uns sonst was bleibt uns sonst das stimmt einen platz haben wir noch ich werde hier bleiben aber wenn sie meinen rat brauchen bin ich im salon es war ein großes glück sie zu treffen kerl kestis ich habe draußen was gefunden ach ja was denn noch ein hologram einen jedi aus der zeit der hohen republik konserviert in bakta der gangara ich habe ihn befreit was ist passiert er griff mich an und floh mit dem badlam raiders nach ihm hatten sie gesucht er sagt die jedi hätten ihn verraten wandte sich zur dunklen seite alles ok kleiner Tenalor es existiert irgendwo versteckt im abiss das ist doch völlig unmöglich der abiss frisst jedes schiff das ihm zu nahe kommt schon vor jahrhunderten hat die republik ein weg hindurch gefunden darum haben sie die anlage im wald gebaut eine versteckte welt die seit jahrhunderten niemand gefunden hat wenn du weißt wie du durch den abiss kommst könntest du verschwinden ohne spur sogar keine battle im raider keine kopfgeldjäger kein galaktisches imperium ich spekuliere hier nur aber für mich klingt das wie ein ort den man heimat nennen könnte ja könnte eine heimat sein los nimm die füße runter na schön ich geh zurück zur kantina weißt du greece wir könnten guten piloten brauchen ich weiß nicht ich finde ihr kommt doch gut allein zurecht bloß das putoli gewebe könntest du mal so machen das rendement ist nicht so wie du niemand tut das ach karl es tut mir leid meine besten zeiten liegen längst hinter mir ich kann nicht mal die karten richtig halten ich weiß es hat sich viel verändert aber ich weiß nicht ob ich es ohne dich schaffe siehst du das wirklich so allerdings oh man ich schätze ich könnte fragen ob morgen den saloon weiterführt crazy peasy ok allzu viele kredits werden dabei nicht rausspringen karl das ist besser als alle kredits stell dir vor kein blick mehr über die schulter ein sicherer hafen für uns und die die wir lieben hm wenn jemand was über eine verlorene jediwelt weiß dann sie an jeda ein besuch bei dieser netten lady ist längst überfällig wisst ihr ich mach noch was zu essen bevor wir aufbrechen die wir machen willkommen zurück und vergiss nicht oben zu sagen mir die noch nicht vor er hat gern im dachgarten und er kann einen wohnertreffen es ist ist jetzt zu hm war schon riesenplanet na der erste 30,4 prozent erkundet na es ist ja gar nichts ist ja nichts fühlt sich bestimmt gut an nach so langer zeit wieder im cockpit zu sein es geht langsam gewöhne ich mich wieder dran ich war noch nie auf jedda fliegen wir zur stadt nein ich habe gehört sie ist in der wüste mit einigen komischen eremiten untergetaucht den anachoreten ich wünschte sie hätte sich einen lebhafteren kult ausgesucht wir empfangen ein signal von jedda das ist sehr ich habe unseren besuch angemeldet ich lege sie auf den holoprojektor alles klar ja hallo ist sie da wir erwarten sehnsüchtig eurer ankunft jedoch fehlt ein staubsturm über unsere position eine landung wäre zu gefährlich für euer schiff wie gelange ich dann zu euch meisterin jamdar schickt euch eine eskorte zum geleit was sie schickte jemand anderen ich sende die koordinaten des treffpunkts an euren piloten gebt acht wenn ihr das schiff verlasst in der wüste wurden imperiale patrouillen gesichtet danke für die warnung tja die sind mir echt unheimlich ich bin schon sehr gespannt was für einen irren sie dir schickt und das imperium ist auch da ich hatte auf einen schöneren empfang gehofft ja 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist nicht schon, ey. Das wird eine längere Geschichte. Das wird eine längere Geschichte. So, vielleicht soll ich's mal in die Richtung probieren. Eine Sekunde, ich weiß schon wie. Könnte es sein, ja. Das Spiel ist echt groß. Was ich jetzt vorhin auf dem Planeten, wo ich war, das war immer noch der aller, allererste. War immer noch der erste Planet, ne. Und der ist schon richtig, richtig groß, ne. Ich meine, das Spiel ist 148 GB groß, ne. Was ist das für eine Kletterpartie? Heftig. Heftig, heftig. Ich meine, Dead Island 2 war nur 45 und das ist halt 148. Bei einem ersten Planeten, wie lange war ich jetzt bei dem ersten Planeten? Fünf Stunden, sechs Stunden? Wir sehen uns das mal genauer an. Und er hat ein Drittel eingesammelt, wenn überhaupt. Oder erkundet von dem, was es da alles gibt. Alles klar. Gehen wir. Und er sieht halt auch schon wieder so groß aus, ne. Ah, hier gibt's die Würmer wahrscheinlich. Oder diese Riesenführer. Ich will nicht als Snack enden. Genau. Da war doch was. Gab's ja in den Filmen auch, ne. Stimmt, 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 ey. Gut. Gut. Ich glaube, ich weiß, was mein Problem ist. Jetzt! Ich Idiot. So wie bei dem anderen. Nicht ausweichen, sondern ich soll parieren. Ich Idiot. Jetzt habe ich nur parieren. Crazy. Ich weiß nicht, warum mir sowas immer so spät auffällt. Aber besser spät als nie. Ich weiß nicht, warum ich es nicht so spät auffällt. Crazy, crazy, crazy. So ist es hier? Schiller, ich weiß nicht. Okay. 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 Ich muss ja irgendwie darüber und dann muss ich darüber springen. was heißt. Ich muss. Und da. Oh, come on. da schau mal her muss mal ausprobieren ein bisschen warm ein bisschen warm ein bisschen warm beim ersten licht brechen wir das lager ab wir haben kaum noch wasser wenn wir keine oase finden erreichen wir die pilgerbrücke nie sondern komme ich auch aus der anderen seite ja gar nicht ich muss hier sogar runterrutschen dass ich mich ganz krass wieder nein 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 so einmal nur einmal genau das ist das ist Das ist der nächste Kämpfer. Das ist der nächste Kämpfer. Das ist der nächste Kämpfer. Das ist krass. Das ist der nächste Kämpfer. Jetzt weiß ich was ich falsch gemacht habe. Jetzt weiß ich es. Das ist der nächste Kämpfer. Das ist der nächste Kämpfer. Ganz, ganz krass. Das ist der nächste Kämpfer. Das geht nicht. Das geht nicht mal. Kann ich es nochmal neu starten? Das ist der nächste Kämpfer. Das ist der nächste Kämpfer. Schau übertrieben, oder? Das sind schon krasse Gegner. Die sind ja krass. Die sind halt zu dritt. Und genau in dem Moment, wo ich meinen starken Angriff mache, macht es halt auch natürlich. Ja? Holen wir nuns. Wie ist das? Ich werde dich leiden lassen. Das ist schon wieder nichts für mich eigentlich, ne? Ich fall ihn auf. Eigentlich ist es mir langweilig. Das ist schon wieder ohne Ende. Das ist... Alles gut. Einer okay. Zwei, ne? Aber drei, drei, ne? Ist schon wieder total. Was ist das? Das hat nicht funktioniert. Ich müsste am besten eigentlich nur parieren die ganze Zeit, ne? Ich probiere es mal anders. Ich probiere es einfach mal anders. Ja. Bei die fl r è. Jetzt sle 한. Ja. Ja. Warte, trug. Wie gehts noch mehr? Tut mir je geh. Die Schwäche ist gehofft. Du bist nicht entkommen. Wir haben einen unserer Leute verloren. Erlebe dich, ich danke, dass jetzt mehrere Jungs sind. Letter Versuch. Ich habe schon Schlimmeres überlebt. Wie willst du das machen? Ich müsste auch nur auf Ding spielen. Total defensiv. Da und dann kommt eine andere von hinten. Da. Dann. Was soll ich sagen? Scheißgame, Alter. Mir reicht es. Fuck off, Alter. So ein Pissgame einfach wieder. Echt? Wie? Was ist das für eine Scheiße einfach? Nein, die lassen sich nicht packen. Das ist es ja. Ich kann auch nicht defensiv spielen, weil es kommt von hinten. Kommt einer angesprungen und macht gleich seinen starken Angriff. Angriff. Sofort, wenn ich defensiv spiele, kommt der andere und macht einen roten Angriff. Na? Sofort. Sofort macht er das. Ich meine, ich zeige es nochmal. Und dann darf ich das mit einem Laserschwert machen, obwohl ich nicht mit einem Laserschwert spiele. Da ist es schon wieder. Total hirnverbrannt einfach. Ja, ich soll ruhig bleiben. Habe ich nicht gemacht. Ich schwöre es euch. Ich habe nach vorne gezielt. Er schmeißt nach links. Die lassen sich nicht packen. Das ist das Problem. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß auch an was das liegt. Das war schon. Weil meine Kräfte zu schwach sind. Habt ihr das gesehen? Kaum kämpfe ich gegen den anderen kommt er schon angeflogen. Und ich weiß auch wo der Fehler hier ist. Alles gut. Das kann es auch nicht parieren. Das geht nicht. Ich bin noch nie passiert. Ich bin noch nie passiert. Du kannst hier nicht weg. genug. Ich bin noch nie passiert. krass das sind kopfgeldjäger ich schaffte schon ist mich regt es nur auf das ist gleich drei stück sind und ich weiß auch an was es liegt weil ich habe meine fähigkeit für die verwirrung habe ich nicht ich denke habe ich nicht gelevelt und jetzt darf ich das so krampfartig darf ich das wieder versuchen das ist krass mehr schlimmer geht schon Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Exzeptive Gewalt eingesetzt. Ja. Ich hab dich gesehen. Ja. Hab dich gesehen? Ja. Ja, blieb oder du, Feierling? Schieß doch mal! Achso ey! Ein Moment! Hauptsache ich habe mich wieder aufgeregt! Alles gut! Ja was ist jetzt? Komm her! Ich habe zwei Fähigkeitspunkte bekommen! Ich sollte das doch leveln mit der Verwirrung! Da werde ich nicht drum herum kommen! Ich denke das wird nicht ohne funktionieren! Habe ich ihm gefühlt! Ich muss da rüber! Navigationshilfe! Eigentlich wäre es doch schlauer wenn ich doch von der Seite... Egal! Hat funktioniert! Ich habe ihn gefühlt! Ich habe ihn gefühlt! Lass uns gemeinsam kämpfen! Ich habe ihn gefühlt! 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 Ich werde ihn gefühlt! Ich werde ihn gefühlt! Ich werde ihn gefühlt! Nö, na, ich muss da durch. Der gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Der macht... Der macht... Das kann ich wahrscheinlich... Der rüber? Okay, weißt du noch, was wir machen, wenn wir ein Genie... Imperiale. Was ist das hier? Was hältst du davon? Neuer Stil, gefährlich? So. Lichtschwert, Geduld. Habe ich schon was anderes? Eine Sorgsamkeit. Ja, da quält mir das besser. Wo ist das? So, es erinnert mich an das Laserschwert vom ersten Teil. Obwohl, das goldene war schon geil, ne? Ja. Ich glaube, ich behalte es auch. Alles okay. So, BD1 haben wir auch noch. Das wird reichen. Das mache ich jetzt nicht. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Ich habe ein Land- oder Fahrzeug. Ich habe ein Land- oder fahren-trakt. Ich habe ein Rund ab. Hey! Ein Eindringling! Den Rund um. Wo gehst du hin? Funktioniert nicht. Oh, wo geht's hier hin? Darauf geht's doch mal hoch. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Spiegel zu holen. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. So, dann gucke ich gleich mal bei Verwirrung. Da werde ich wirklich nicht drum herum kommen. Das wird nicht funktionieren. So, Fähigkeit. Das wird nicht funktionieren. Das Problem ist, ich kann es nicht... Ich kann sogar zwei verwirren. Schau mal her. Verlängere die Zeit der Gegner, andere Gegner, wenn sie verwirrt sind. So. Was habe ich hier? Das steht halt leider nicht da. Das kann ich mir denken. Das ist überlegene Verwirrung. Wahrscheinlich für größere Gegner. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ah. Also wird das nicht funktionieren? Dann lasse ich das. Das wird mir dann gar nichts bringen. Zwei Schwerte. 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 ich kann ihn nicht treffen mag ich möchte nicht funktionieren jetzt die lassen sich nicht ich schieße ihn du machst mir Zeit an Achtung, er bewegt sich hast du mir zugesehen? wie in alten Zeiten überrascht mich zu sehen? ich dachte sie schicken wen wen ich nicht so gut kenne viel zu voreilig von dir Kerl Kerstes seit wir uns zuletzt sahen hat sich viel verändert ich sehs dir an komm, mein Speeder steht davor dein Landspeeder? die Sturmtruppen haben ihn mit denen werden wir schon fertig und uns haben sie jetzt auch weit versuch Schwitz zu halten was soll mit der Schwester denn noch? gemeinsam, Kerl warte komm zurück nein still er flieht ihr werdet uns nicht entkommen bleib nächstes mal aus ups kann ich ein Swim kriegen bitte? Kerl, die Wand da kommen noch mehr erledigen wir ihn gemeinsam ich bin bei dir Jedi gib mir ein Ziel nein schau wieder mein kontakt nachwirklich hergestellt Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum festmachen? Okay. Die können alles. Ich nicht, ne? Die können 10 Meter hoch springen. Ich kann das wieder nicht, ne? Aber ich habe da drüben was gesehen. Ich komme da aber nicht hoch, ne? Sieh dir das an. Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Gut. Wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Noshada. Richtig. Du gehst vor, Kerl. Ganz was weiß. Kerl. Kerli, baby. Der hat Raketenwerfer wieder. Der hat einen von uns erwischt. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist es jetzt soweit weg, um zu Fuß zu gehen. Ja, ja. Der Shelby haut sich zwei, drei Energies vorm Training rein, ne? Woran denkst du? Habe ich gerade gelesen. Zwei, drei Stück. Das müssen aber solche Dosen sein, oder? Komm mit. Habe ich gerade gelesen. Fliegen hast du noch... Da. Kannst du das sehen? Ja. Ei, ei, ei. Das schäme ich. Was ist denn mit dir? Eine Sekunde. Du kannst das sehen... Ah, Moment. Was ist denn mit dir? Hm? Was ist da oben? Ja. Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Lasst das denn? Nein. Was ist da oben? Ein Moment. Ein Moment. So, I'm back. Ein Moment. Ein Moment. So, da steht sogar alles, was man machen kann. Ich habe mir noch gar nichts hier angeschaut, Feiner. Na, weder das hier, weder das, doch, da gibt es ein Trophäe, man muss ein Fokuhila, dann muss man einen Gegner töten. Na, oh Mann ey. Aber das lasse ich, ist wusch. Die Idee ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. So, hier geht's auch lang, ne? Aber ich denke mal... Kelli! Du steckst doch nicht fest. Ugh, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Cal. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gemacht? Fürsorglich der Kerl ist. Brauchst du eine Pause? Bist du erschöpft? Na, willst du dich vielleicht mal kurz ausruhen? Soll ich dir eine Suppe bringen vielleicht? Ja, willst du eine Hühnersuppe? Oh Mann ey. Nein. Vielleicht noch ein feuchtes Handtuch oder so, ne? Ah, die Spamile. Na, ha, ha, ha. Saldan Jedi. Ah. Jedi sind die guten Samariter, oder? Sie wird zurückkehren. Die guten Samariter. Gibt es schlechte Samariter? Ich weiß es nicht. Na? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, ich müsste... Ich spiel viel zu wenig mit meinen Fähigkeiten. Eindeutig, ne? Ich muss auch sagen, die Fähigkeiten sind hier richtig teuer in dem Game, ne? Da zahlst du schon zwei, zwei, drei... Na? Ich spiel ich sowieso nicht mehr mit einem Schwert? Oder ich spare jetzt einfach. Anders wird es sowieso nicht mehr mit dem Game, ne? Ich bin bereit. Player, du kannst es nicht auf deinem PC zocken, oder? Da hast du ja was gesagt, oder? Ich muss den Verlust kompensieren. Die können es nicht starten. Was? Wirklich? Nicht mal starten. Krass, das habe ich nicht gewusst. Aber wo denn mit 4? Nicht mal... Alter, was ist denn heutzutage los? Was ist denn das? Du freust dich auf das Spiel. Kaufst dir das. Und dann kannst du es nicht mal starten. Weil es so schlecht optimiert ist. Anders kann man es ja nicht sagen. Was anderes ist es ja nicht. Heftig. Das habe ich nicht gewusst. Das ist halt EA. Ach komm. Na, das Spiel ist veröffentlicht. Wir releasen das Game mal. Obwohl wir wissen, das Spiel wird wahrscheinlich auf dem PC nicht so gut funktionieren. Krass, oder? Das ist krass. Das habe ich nicht gewusst, Sam. Das ist heftig. Das ist heftig. Keiner hat es gut gesagt. Zum Beta-Testen bezahlen. Ja, ist aber immer öfters so. Und EA lässt sich das auch bezahlen, ne? Weil Battlefield war ja nichts anderes, ne? Battlefield 2042 war nichts anderes wie eine schlechte Beta. Na, als es als es released wurde, genau dasselbe. Genau dasselbe. Aber das das läuft wenigstens fehlerfrei, ne? Man sieht es aber hier schon wieder. Das schaut, ich finde, das schaut unscharf aus, einfach, ne? Manchmal schaut es echt gut aus. Und manchmal einfach total Sie haben Angst vor dir. Hier sieht es schon wieder echt gut aus, zum Beispiel. Gut, da haben ein Fake-Pro-Video gezeigt. Das machen die aber öfters, ne? Das machen voll viele. Du siehst den Trailer vom Spiel und denkst dir, oh shit, ist das geil. Und dann kommt das Spiel, oh, haha, und dann ja Weißt du, mit was das zu vergleichen ist? Na? Wenn du jetzt, äh, von irgendeinem Girl äh, Bilder geschickt bekommst und denkst dir, boah, schaut die geil aus, ne? Und dann triffst du dich mit ihr und dann denkst du dir, oh mein Gott, was, ha, was, was, was ist hier jetzt los? Na? 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 es muss eine ewigkeit gedauert haben diesen ort zu bauen und jetzt sind die erbauer fahrt ich bin weil auf der pc soll es ja richtig unterirdisch sein unterirdisch nicht alles mehr wie unterirdisch er macht das jetzt auch hier ach so ich muss hier runter ich weiß nicht wo ich das gestern gelesen habe auf twitter ich weiß aber nicht ob es offiziell war einer hat geschrieben dass sie geschrieben hat dass sie das spiel noch fertig optimieren werden aber das wird noch ein paar wochen dauern was du weißt du wer das war da gibt es aber der macht immer testen super high end hardware echt jetzt nicht schlecht jedi sehen aus wie jedi sie sagt jeda war einst die heimat von vielen die deines gleichen verehrten vielleicht waren sie es meines gleichen ja vielleicht hätten sie es noch mal verschieben sollen na den johann okay den johann michael und kenne ich da ist die oase jetzt ist es nicht mehr weit was hat der dann für test gemacht der wahrscheinlich den oberkrassen rechner oder servus serka der wahrscheinlich so einen heftigen rechner dass du zwei spiele gleichzeitig laufen lassen kannst oder was gibt es der kanal 3 rtx 40 90 rtx 40 90 ein moment ich muss kurz mal was gucken eine rtx 40 40 90 shopping das sind das für preise aber 24 gigabyte ram das dacht schicht 24 gigabyte ram alles ist heftig damit kannst du zwei spiele gleichzeitig laufen lassen ohne probleme der sturm kommt näher wir bleiben ja dass sie liegt versteckt vor dem ist halt nicht optimiert land das merkst du hier auch das spiel ist es ist fertig aber es ist noch nicht ob da fehlt so dieser letzte fein schlitter anders kann ich es nicht sagen dass das fehlt das merkst du dass das fehlt hier noch müssen ein paar updates kommen die grafik müsste noch etwas besser werden definitiv es ist doch unscharf na es ist auch noch definitiv 1 greiten bau aber wo ist das kreiten nehmen wir uns den gemeinsamen vor jetzt los nicht also ich sag euch ehrlich ich vermisse schon Boah man, wie weit wieder. Ich vermisse die Rolle von den Souls-Spielen. Oh je, was ich zahmenspiel jetzt gerade. Eigentlich müsste ich wieder... War's gut, ihr Player. Danke, dass du da warst, ey. Schlaf gut. Schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut. Und Serka, was geht bei dir so ab, außer Nachtschicht? Nachtschicht? So, ich muss hier hoch. Darüber. Ich verstehe nicht, warum war hier nichts vorhin? Jetzt habe ich wieder den ganzen Weg dahin, das ist krass. Kein Checkpoint. Stopp, 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 was mache ich? Nein, 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 nein. Ich kann ihn nicht machen, das finde ich immer noch heftig. Immer noch. Du wirst dich ergeben. Wir können nicht entkommen. Du darfst nicht tot sein. Ja, wie kann ich nicht tot sein, wenn ihr mir einen Schlag gebt? Mann. Mach dich kampfbereit. Arbeit weiter weg. Jemand anderer soll ihn ausreiten. Das hat uns wegzulaufen. Mach keine Angst. Was gibt's denn, ey? Das hat bestimmt Glück, ey. Bleed, wenn euch euer Leben lieb ist. Crazy, crazy, ey. Warum? 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 Warum hat er sich jetzt nicht? Ich verstehe es jetzt nicht. Ja, jetzt hat er es gemacht. Ganz krass wieder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ich hab ich das schon wieder mal so muss anders bin ich weiß nicht wie wieder der macht nur ohne angriff so mehr kannst du nicht Du wirst dich erheben. Du bist zerbrechen. Du musst dich heilen. Auf dein Zeichen, ihr werdet um den Mist entkommen. Gute Arbeit. Gleichfalls. Gute Arbeit, BW. Was für ein Schaden der macht, heftig jetzt. Ich mag das nicht, so wegzurennen im Kreis, so wie vorhin, gegen die drei, das ist nicht mein Fall. Hilfst du mir? Ich brauch das nicht unbedingt, na? Danke. Sehr enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Das Spammehl. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Eine Oase! Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Bist du müde? Ich seh mir nur alles an. Ich frage mich, was Spammele fressen. Was frisst du, Tierchen? Der Sturm kommt näher. Na also, komm her. Brauchst du Hilfe? Die kommt ja überall hoch, na? Na los! Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Was für ein Tier! Ja. Die Beine, na? Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie was? Zwei Meter lang? Und der Kopf? Oh Mann, ey. Die Klippen von Persaya. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Geil, oder? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Jetzt kann ich sprinten. Warum ging es nicht die ganze Zeit? Langsam. Wir müssen uns beeilen. Schneller. Wir müssen schneller werden. Das Spammehl hatte Angst. Es wär's. Okay, alles gut. Maren! 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 Kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht bei dir. Cam, kannst du mich hören? Hier lang! Cubs! Dimm. Mer adds. Du komm! Du bist okay. Vorerst. Hier lang. Schnell. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, dann machen wir was. Das spielt jetzt keine Rolle! Kels, hier lang! Oh, ist hier los! Kels, Hilfe! Kels, Hilfe! Kels, Hilfe! Kels, Hilfe! Das ist doch nicht etwa. Das Sparmehl muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang! Das Sparmehl hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und ähm... Ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Einen Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Kel? Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es ist dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Servus, servus. Doch lässt man es außer Acht? Werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber... Nächten wie dieser... Ist ein wärmendes Feuer perfekt. Burger, nicht Burger. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Burger. Ich habe dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Kel. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Ich bin nicht sicher, warum du gegangen bist. Dato mir bleibt natürlich meine Heimat, aber... Okay, so war okay, in serio? Das kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber... Jetzt, wo wir hier sitzen. Glaube ich, du hast das richtige getan. Gut, wie immer, dann passt, ja? Dann passt, dann passt. Was weiß ich? Morgen! Gehen wir! Jetzt halbwegs so herkommt das auch zu extremen. Also ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Planeten im Spiel immer einen Charakter finden werde, der im ersten Teil dabei war. Oder im ersten Teil in der Crew. In diesem Wüstenplaneten, Cheddar heißt er glaube ich, auf Cheddar. Da bin ich jetzt erst vorhin hin. Ich habe vorhin noch ein bisschen auf dem ersten gespielt und ich habe vom ersten Planetenfall wirklich nur 30% erkundet. Heftig, heftig, heftig. Und der ist auch wieder so riesig. Also zum sehen gibt es hier auf jeden Fall genug. Ich glaube noch. Okay. 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 Hey. Hallo mein Freund. Es ist wirklich schön dich wiederzusehen. Wie? 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 Kordova. Wie? 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 Verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hinein begleiten. Meister Cordova, habt ihr diese Erfahrung gefunden? Ich weiß, dass er denn... Nur verblasste Spuren ihres Weges, die tiefen und unbekannten Regionen führen. War er auch tot. Nicht zu Ende. Um einfach nicht, dass sie ihn die Sif nicht suchen. Und wie sie alle heißen. Vielleicht nur tot gestellt. Ich denke mal, er wird sich ja hier verstecken. Ich habe zu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst auf Coruscant? Kann ich mir gut vorstellen. Also, die Mantis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Du solltest die anderen sehen. Weil so viele Jedi sind ja nicht mehr am Leben, ne? So kommt mir das vor. Ich muss hier nicht warten lassen. Diese Basis ist gut versteckt. Und ja, die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen. Sie sind viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie ja besser selbst. Bis dahin begrüßen Meryn und ich die Neuankömmlinge. Und die Wari-Wüste. Kalt, stürmisch und zu viele Imperiale. Nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es nicht jeden Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Spamil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen. Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus, ja. Gut, wie fühlt ihr euch? Besser. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Die Steuerung muss woanders sein. So, was wollen die jetzt von mir? Nichts, oder? Nicht nur der Tee, ne? Vielleicht massiert sie ihn, ne? Man weiß es ja nicht. Meister Cordova und ich warten auf Grease. Sprich mit Sire. Sprich mit Sire. Wo ist Sire? Mit der anderen Seite. Klassische. Oh ja, das könnte ich mir gut vorstellen, ne? Vielleicht gibt es hier eine, ne? Das volle Programm. Also hier wird es auf jeden Fall nichts sein. Grease muss in der Küche sein. Wir treffen ihn später. Grease in der Küche? Hier war ich ja schon. Da geht es auch nicht lang, ne? Auch nicht. Kann den Lift hier nicht benutzen. Geil, wieder, ne? Richtig geil. So, dann fahr ich mit dem Aufzug mal hoch. Oder ich geh mal hier lang. Dann fahr ich wieder hoch. Auch nicht. Habe ich was übersehen? Habe ich wieder was übersehen? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Die Plattform ist wohl gerade woanders. Hä? Bis. Das kann doch noch nicht. Da oben geht es zum Händler. Da oben ist auch... Ach so. Da hätte ich ja noch ewig warten können. Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt an. Kerr Kestis. Willkommen auf Jedha. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn es nicht nur um Holobücher geht. Die hätte ja ne Glatze, ne? Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Im ersten Teil hatte sie ja auch, der auch überhaupt, ne? Wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem, frei zu sein. Tja. Du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich hab dennoch nichts erreicht. Nun. Während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen. Verbünde zu finden, und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr galt auf. Ich lag falsch. Kel, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren, als nur Waffen. aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Servus, ey. Nee, noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hey, Seer. Was ist das? Das ist Baudacona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung. Großer Typ, großer Ärger. Hey. Endlich wieder vereint. Ja. Ja. Schön. Was führt euch nach Jedha? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Tannalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache an. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagan Gera. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagan will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zum Freund, ich bin die Idee. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagan Gera gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn er etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Also sowas hat im ersten Teil gefehlt, ne? Wo einfach mal mehrere Menschen dastehen und miteinander reden. Und mit dir. Na? So wie in den Filmen halt, ne? So trifft die Jedi mal. Ich begleite dich zurück zur Mentis. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Und durchatmen. So, Fähigkeiten. So, das brauche ich. Was kriege ich denn? Zwillingsjau. Das brauche ich. Das muss ich mir auch holen. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Meryn. Was führt dich nach Jedha? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Ihr Ziel ist es, Machtbegabte vor dem Imperium zu verstecken. Hast du schon mal vom versteckten Pfad gehört? Was gibt es hier? Eine unbezahlbare Kuriosität. Noch dazu in gutem Zustand. Gar nichts gibt es hier Gescheites, ne? Weiche Leder. Rebellenlackierungen. Imperial. Ja, bitte sehr. Das hat nur auf euch gewacht. Das nehme ich. Ich sollte mal unsere Ausrüstung neu bewerten. Warum kann ich kein rohes Laserschwert haben? Warum? 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 hey um mir selbst was geht da um mir was läuft um mir so ein moment bei mir läuft auch nichts zockst aus zeig mal her lass uns die gewichtsverteilung testen schade ist geil aus auf jeden fall ja so weit okay wie läuft es bei dir bin ich hier schon fertig auf dem planeten der ist etwas kürzer so Hey, Cal, warte. Cal. Den hier habe ich schon, seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Eine Waffe? Eine Magnum? Jetzt sind wir hier in Resilie, Wille. Danke, Mauro. Mauro, Pops. Ach, das ist ein Blaster. Danke, Bout. Also dann, zeig uns, was du drauf hast. So, einen Moment. Oh, shit. Jetzt geht's hier aber richtig ab, he? Ja. Du bist nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Gut so. Nicht schlecht, Jedi. Und? Wie lange hast du fürs Ziel gearbeitet? Ich arbeite nicht fürs Ziel. Natürlich. Mein Fehler. Ganz ruhig. Konzentrier dich und drück den Abzug. Er heizt den Dummy ordentlich ein. Hey, jetzt kann man hier sogar schießen, ne? Na ja, ob ich's unbedingt brauche, ne? Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es nicht. Beeindruckend. Ich denke, jetzt kommst du's, Kerl. Es ist schön, dich wiederzusehen, Maren. Dich auch, Kerl. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Nee, ich werde damit nicht springen. Nicht unbedingt. So, das ist dann... Okay, Jedi, was haben wir hier noch? Stopp, stopp, Planetenkarte. Was glaubst du, was wir finden werden? Hauptziel, ich bin hier auch noch nicht fertig, seh ich gerade, ne? Ich müsste hier noch nicht hin. Ich könnte auch... Obwohl, egal. Bin juckt's, oder? Ab zum nächsten Planeten. Wohin gehen wir? Kurs auf dem Mond von Kobo. Vielleicht sind diese Anakoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim. Muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Anscheinend hast du eine gute Crew, äh, Hattest. Du weißt, was ich meine. Wirklich? Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden? Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mondkreis? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Erst Jeddah und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Jeddah ist ein Mond. Ich hatte keine Ahnung. Setz dich, Junge. Wir landen gleich. Ach ja, ach ja, ach ja. Ach ja, ach ja. Entschuldigung. Alles gut? Ja, ja. Ja, nur ein wenig eingerostet. Du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Hey, tu mir den Gefallen und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist deine Essens schuld. Was war das? Wir sind fast da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Zantari Kree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht dem Dramm. Okay, also nicht in diese Richtung. Ich habe gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir wachsam. Wir müssen dieses Labor finden. Komm schnell, schnell. Ich habe gedacht, ich komme da noch schnell durch. Ich habe es gedacht, ich habe nicht verinszeniert. Ich habe es nicht verletzt, ich habe es nicht verletzt. Egal. Sieht für mich ziemlich aktiv aus. Wo muss ich denn überhaupt hin? Darüber. Jetzt stehe ich hier. Hier. Wie ist der Messwert? Nicht stabil. Wir müssen die Kammer erneut verstärken. Oh, ja. Das motiviert mich nur Was gibt es denn noch? Hier, Herr Kumpel! Zu einfach! Du kommst nicht durch! Schön! Komm! Schwierig, ey! Nimm das! Ich gebe niemals auf! Das heilt wieder! Oh! Ach so hier, wie... Oh, das ist alles... Ho, 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 ho... Jetzt zu weit... Einmal zu kurz, einmal zu weit... Jetzt hält es sich nicht fest, na? Jetzt... Wo bleibt deine Stimme? Das hält mich nicht auf! Geflockt! Wie viele warten hier denn noch auf uns? Was ist denn Hinterhalt, ne? Schlechtes Gefühl? Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja... Ja... Die wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Sehen wir es uns an! Unaufhaltsam wie immer, BD! Wo ist das Laboratorium? Das Labor ist gesperrt! Das Labor ist unzugänglich! Du bist okay! Versteck dich irgendwo! Ich habe keinen Zugang! Ich habe es ihnen gesagt! Bitte, lassen sie mich! Die Raider haben diesen Droiden ziemlich zugesetzt! Die Raider haben diesen Droiden ziemlich zugesetzt! Lass uns die Datendesk zu sie bringen! So, wo geht es hier lang? Da geht es zurück! Wahrscheinlich ein geheimer Weg! Ich bin dran!" Ich bin dran! Das war's. Was ist jetzt los? Oh, schluck, schluck Ich habe mir gedacht, dass ich mal gegen eine Magna-Wache kämpfen muss Das ist echt Habt ihr gesehen, wie wenig Erfahrungspunkte er gegeben hat, wirklich? Egal, 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 alles gut Ich spaß mir Ich spiele Das geht Was ist das? Was ist das? Was ist da drüben? Da muss schon wieder irgendwas Geheimes sein. Nein, nicht so weit reinspringen. Oh je, oh je, oh je. Ich werde Sie Kandidaten von dieser Disk auslesen. So, mal schauen, was kommt. Ich muss ruhig bleiben. Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. 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 Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. obwohl ich muss sagen ich habe die woche habe ich schulung gehabt da war es recht entspannt da waren die leute oder die kollegen die ich da getroffen habe alles neue kollegen mehr oder weniger sind alle echt korrekt muss ich sagen echt cool muss ich sagen du was du tun musst nur da wo ich arbeite das ist teilweise so abgewichste wichsköpfe anders kann ich ja schon wieder nicht sagen und durch aber nicht alle nur ein paar ja ich denke so ne die woche war ich cool muss ich sagen war auf jeden fall in ordnung jetzt ist ja montag feiertag dann muss ich drei tage arbeiten ja geht halt nicht anders aber ok so ist es halt ne gibt schlimmeres wir sind noch nicht am ende wir kriegen das hin ja so ist es ne oh das war knapp ich hätte vielleicht springen sollen vielleicht aber nur ach fuck da geht es noch weiter wo bin ich hier überhaupt schon wieder vielleicht war es doch gut dass ich hier runter bin da ist er ich sehe ihn was siehst du sie haben mir befohlen sie zu verletzen wer ein ringlinge keine sorge ich bin nicht für den kampf programmiert das weiß ich zu schätzen so ach ja heute ist tote hose im stream was haben wir denn hier ist bisschen schwach heute aber heute ist freitag freitag ist immer wenig los immer immer wenig los immer na na hey schrauber servus welcher schrauber ist das schrauber schrauber alles ist ein klub saufen was mit dir ist er kann ja ich habe ich mir schon gedacht schrauber ja ich habe mir schon gedacht schrauber wenn das ja auch in den klub oder gehst du überhaupt den klubs her kann bringst du alkohol nee oder ja macht ihr das spaß komple aber in klubs gehst du oder wenn du Zeit hast manchmal ne gibt's gibt's da was in regensburg gescheit ist na ich habe letztens bei mir war einer im kursarbeiter kam aus regensburg na noch eine basis für die batlam raider wir sind nicht aufzuhalten das ist doch ein Lichtschwert ups wer programmiert klappergestelle darauf so viel zu tun ey ich muss mir mal was erzählen ich lache mich bis heute immer noch kaputt na ich hatte ja schulung na und jeden frühs na wenn wir mit dem unterricht anfangen dann tut der lehrer jeden mal aufrufen und der soll was vom vortag erzählen was wir am vortag durchgenommen haben na und der lehrer hat halt einen gefragt der hieß auch serkan der hieß auch serkan der lernt mit mir zusammen und äh der hat den serkan irgendeine frage gestellt ey serkan wie war das und das und das nochmal na kannst du mir da drauf eine antwort geben und wisst ihr wie der serkan geantwortet hat der hat so mit dem lehrer geredet na ich fand es echt heftig oh digger jetzt hast du mich ich weiß es leider nicht r war richtig Ich hab mich kaputt gelacht Heftig, heftig Ich hab mich verreckt gelacht Wie er das gesagt hat Oh, Digga, jetzt hast du mich Ich weiß es nicht Ach, krasse War auf jeden Fall echt lustig Die Woche war cool auf jeden Fall Ich hab heute Prüfung geschrieben Zu der Woche Es ist eine Prüfung von der Von der deutschen Bahn, aber die zählt nicht Ich hab sie bestanden Obwohl ich nicht gelernt habe Ich hab gar nicht gelernt Nicht ein bisschen, ich schwör's euch Ich bin ja immer heimgefahren und hab gezockt So muss es laufen Aber beim nächsten Mal Muss ich auf jeden Fall lernen Ich denk mal, ich hab's Neuer Musik-Track Ich denk mal, ich hab's gerade so bestanden Ich bin auch ehrlich, wenn der Lehrer nicht aufgepasst hat Hab ich beim Nachbarn drüber geschaut Wer macht es nicht, oder? Wenn ich was nicht gewusst habe Hab ich geguckt, was er geschrieben hat Na Auf jeden Fall, ey Also ich bin übernächste Woche Na Ich kann's euch sagen Bin ich Ich fahr nicht Nochmal die ganze Woche Ich schwör's euch Ich bin jetzt jeden Tag Ich bin die Woche 1000 Kilometer gefahren Na Ungefähr 1000 Jeden Tag 200 Ich mach das Ich tu mir das nicht mehr an Heute stand ich im Stau Ich kann's euch sagen Ich hab die Woche an Sprit gebraucht 100 100 180 Euro Nur Sprit Na Nur Benzin Krank einfach Na Und übernächste Woche schlafe ich im Hotel Aber ich stream trotzdem Über Twitch Aber von meinem Handy dann aus Na Und in einem Monat bin ich drei Tage in Nürnberg Da stream ich dann auch übers Handy Na In Nürnberg, ja In Nürnberg, ey Ja, ich bin jetzt voll oft weg Also ich bin in Nürnberg Wieder in demselben Hotel Da war ich im letzten Jahr auch Und die haben Die haben sogar Lahnanschlüsse Neben dem Fernseher Also Das ist ein richtig geiles Hotel Intercity Hotel heißt es Richtig geil Na Das Zimmer ist Also das Hotel gibt's noch nicht lange Alles wirklich nobel Und Du hast wirklich den Fernseher an der Wand Und dann hast du nochmal drei Anschlüsse Da kannst du ein LAN-Kabel anschließen Ich brauch keins Weil es gibt ja WLAN Aber ich könnte da meine PS5 mitnehmen Na Könnte ich zum Beispiel machen Aber das mach ich nicht Weil es ist Dann kann ich auch heimfahren Na Weil ich brauch die paar Tage Ich muss mal ein bisschen Ein bisschen was lernen Ich hab die ganze Woche nicht gelernt Ich hab's aber auch gewusst Wenn ich daheim bin Lerne ich nichts Warum auch Scheiße Nein Aber war auf jeden Fall okay Ja genau Drei Tage in Nürnberg Dann komm ich Mittwoch abends Komme ich wieder Da werde ich aber nicht streamen Weil ich weiß nicht Wie lange ich unterwegs bin Shit Was geht hier ab Ey Da geht's nochmal rüber Nein Nochmal rüber Nochmal rüber Egal Ab in den Tod Bitte Guck mal wie das hängt Schaut mal Habt ihr das gesehen? Ich glaube das war der erste Bug Den ich entdeckt habe Der erste Bug im Spiel Kaufst du die Star Wars Er kann? Erstmal nicht oder? Schau mal was geht bei dir ab Schau mal Hey Markus Servus Was geht ey Marco Ich hab's nicht gelesen Sorry Wer ist heute wenig los? Heute ist Freitag Freitags ist immer tote Hose Ich weiß nicht warum Immer Freitag ist immer wenig los Immer Das war auf YouTube schon so Auf Twitch ist genauso Es ist immer Freitag und Mittwoch in der Woche Immer Bei mir geht auch nichts Bei mir geht auch nichts So jetzt Was läuft bei dir so ein Schrauber? Erzähl ey Hey Libi Servus Was geht ey Ist der Marco noch da? Sorry Marco Ich hab's nicht gesehen Was läuft so bei euch ey Ziel ist ein Zeitling Genau Wir sollten melden Dass wir ihn gesichtet haben Ich will mich nicht zuerst töten Aber für Ravis Will ich mich nicht rechtfertigen Es geht immer Nächstes Mal Oh die Performance Eieiei Hä da war ich nicht Von der Arbeit erholen War es wieder stressig Was machst du überhaupt für Küche? Deutsche Küche Oder Was gibt es da bei dir? Hier ist irgendwas Stelle ich keine Fragen Deutsch Oh okay Ganz krass Ganz ganz krass Okay Das Das hört sich ja gut an ey Steakhaus Ich hab Hunger ey Und wie ist es so im Steakhaus? Buffet Buffet Menüs Buffet 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 Inwiefern Buffet So all you can eat Buffet Oh man Ich hätt mal wieder richtig boch Auf so n all you can eat Na Einfach rein setzen schon mal den gürtel aufschneiden und dann nicht das ist ein spiel der drückt und dann einfach nur essen das wärs auf jeden fall sie können das labor nicht betreten sie sollen nicht alles okay sie dürfen nicht hinein was so okay was so das nächste ist krass ne 250 Leute da geht es ab auf jeden fall oder ganz schön viel ey 250 Leute das ist schon heftig krass ne 250 Leute ey ich bin getroffen 3 Köken ich habe gerade für einen Moment gedacht du machst das alleine 3 Köche 3 Köche ich weiß nicht ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie wer was und wie viele Einkommen wie er das schaffen würde wie viele Personen ne ich bin jetzt 5 Jahre da im Großen und Ganzen ist es ok da ja das ist die Hauptzahl oder? 5 Jahre wenn es gut ist im Ganzen ist es ok ok sorry ist ja ein Unterschied zwischen ok und gut ne das ist nicht so normales oder das ist nicht so normales oder das ist nicht so normales oder warum kann ich kein stim nehmen? what's wrong with this game? verstehste? voran konnte ich es nehmen jetzt nicht oder? egal egal alles gut alles gut ne ist nicht alles gut ne ist nicht alles gut ne ist nicht alles gut boah schon heftig wo ich wieder anfangen darf ne pah oder? oder? alles gewohnheit ich meine aber wenn man alleine das hört sich ziemlich stressig an also für mich wäre das zum Beispiel nichts weil wenn ich das schon so liess naja Einkauf macht Arbeit für 3 oft das ist schon krass ey und dann immer schnell 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 wahrscheinlich ne weil rumtrödeln kannst ja auch nicht auf der Arbeit ne ja das will ja nicht funktionieren ne ja 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 Hälfte, Baby! Das Problem hast du überall, ne? Mittlerweile. Das ist leider so. Ich weiß auch an was das liegt. Man wird einfach zu schlechten Zeit. In was anderem liegt das einfach nicht. Wir dürfen nicht noch eine Einheit verlieren. Ziel an deiner robuste Verteidigung. Das ist so. Ich hab mal in der Industrie gearbeitet, ne? Eineinhalb Jahre. SKF heißt sie, ne? Die machen zum Beispiel für Ferrari, ne? Machen die die Kugellager und sowas. Also für die Formel 1 Autos, ne? Soweit wie ich weiß. Also nur zum Beispiel. Und ich hab da, ich kann es euch sagen, das ist schon ein paar Jahre her. Da hab ich verdient, ne? Mit drei Schichten, ne? Ich sag es euch mal, fast 3.000 Euro hab ich verdient. Fast 3.000 Euro. Drei Schichten. Drei Schichten. Ich hab fast nichts gemacht. Weil in der Industrie macht ja alles, äh, macht, das, äh, wird alles von den Maschinen gemacht. Du bist eigentlich nur der Bediener, na? Und ich, ich kann euch das sagen. Wenn der Chef mich gefragt hat, na, hey, Mike, kannst du mal am Wochenende reinkommen, na? Meinte, ich hab da irgendwie überlegt. Ich hab gemeint, kein Problem. Na, ich hab jedes Mal gesagt, ja, wenn du einen brauchst, kannst du mich fragen. Ey, Mike, kannst du am Sonntag kommen, na? Nachtschicht, na? Hast du Lust, Sonntagabends Nachtschicht, dass du für Montag schon mal vorbereiten kannst, na? Dass am Montag gleich anfangen kann, kein Problem. Ich hab nie Nein gesagt, ich schwörs euch. Ich hab nie Nein gesagt, nie im Leben. Und das lag aber einfach da dran, ich, das wurde so gut bezahlt, na? Ja, das sind, die sind die Ansprüche von den Chefs. Das ist ein Unterschied. Ey, wenn jemand gescheit bezahlt, na? Und sagt, hey, hast du mal Lust am Wochenende, na? Das sag ich, ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist doch kein Problem. Also jetzt mittlerweile nicht mehr, na? Wegen meinem YouTube und Twitch und so, aber, aber früher hab ich das gemacht. Na, ich war, ich war nicht immer so faul, na? Das ist so. Ich schwörs euch. Das wenn, das ist nur, das ist nur das Geld. Was anderes ist es nicht, finde ich. Na? Weil wenn das Geld passt, dann sind die Menschen um dich herum auf der Arbeit auch zufrieden. Na? Also nicht jeder. Es gibt da natürlich Kollegen, na? Die kannst du trotzdem in die Tonne schmeißen, aber das merkst du halt einfach, na? Das ist so. Ich hab letztens, hab ich gesehen, ein Bäckermeister zahlt seinen Lehrlingen das doppelte Ausbildungsgehalt, na? Oder Ausbildungslohn. Hab ich letztens gesehen. hier nicht weit, nein, nicht weit weg von mir in Bamberg. Na? Der macht es. Weil er hat gemeint, na, heute ist alles so teuer. Geht halt nicht anders. Nein! Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Oh shit, ist das heftig, ey. Oh shit, ist das heftig, ey. Ja, ich weiß. Es ist so, ja. Wir wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Das geht halt irgendwie nicht, na? Wenn du die Leute nicht anständig bezahlst, dann kriegst du halt, am Ende kriegst du halt, da will ich jetzt niemandem zu nahe treten, halt auch einfach nicht die Besten, na? Es ist so. Und dann kriegst du halt auch nicht die beste Arbeit. Und das, das ist einfach so. Ja. Aber es ist auch wirklich, ja, wie du sagst, schwierig auch gescheite Leute zu finden, na? Es ist halt wieder das Nächste. Find mal gescheite Leute, na? Die, äh, die sich da mal wirklich dahin haken und die Arbeit richtig machen, na? Ist halt wieder das Nächste, na? Ja, ist schwierig geworden. Deswegen haben wir hier einen Fachkräftemangel in Deutschland. Also höre ich zumindest immer, na? Aber ich glaub das auch, weil, äh, ich hab in der Edeka, als ich im Lager gearbeitet hab, ähm, ich schwör's euch, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie hoch der Ausländeranteil da im Lager war. Ihr, ihr, das waren so viele Syrer, das war einfach heftig. Aber ich muss sagen, lauter korrekte Jungs auf jeden Fall, na? Alle arbeitswillig, die haben ihr Zeug gemacht. Na? Richtig, richtig viele waren das. Definitiv. Heftig, heftig, wie viele das waren. Oh man, die Performance ist so miserabel schon wieder, äh. Es fehlen uns halt überall, ne? Überall fehlen die Leute. Bei uns in der Bahn ist es fein nicht anders, ne? Wir haben fein Probleme, ähm, ich will mit, mit dem, mit dem Personal. Wir sind einfach wunderbesetzt fein, na? Wunderbesetzt. Die Bahn kriegt keine Leute. So ist es zum Beispiel bei uns. So. Jetzt live. Die armen Droiden, sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Echt? Die waren dankbar, ja? Das finde ich super. Das sowas ist immer gut, ne? Aber das wird halt auch voll oft ausgenutzt, sowas, ne? Wenn man sich zum Beispiel Arbeiter holt aus einem anderen Land. Aber in Polen verdienen die halt drüben nicht so viel wie hier, ne? Muss man halt auch wieder so sehen. Das wird Kortover interessieren. Mir wurde etwas Interessantes versprochen. Und nun wissen wir, wie aus Stichwort. Was für eine Freundin. Du wirst erbinden. Fehl! da fühl dich! Du tust mir verstreit. Du musst auch unterstützen. Du musst dich schreit. Du musst ihn fassen. Das war's für heute. Ja, für die ist es anständiges Geld, ne? Ja, oh Mann. Für die ist es anständiges Geld. So, was habe ich da jetzt gekriegt? Willst du es ausprobieren? Oh, das habe ich gebraucht. Nicht das, das wird es sein. Hier rüber, BD. Excalibur. Ja, mir hat immer so eine Waffe in dem Spiel gefehlt. Und auch im ersten Teil, so wie bei den Souls-Spielen, ne? Zum Beispiel, wo du mit Dreieck einen starken Angriff machst, ne? Oder einen einzelnen Angriff, der aber stark ist. Das gab's, das gibt's ja hier nicht die ganze Zeit. Einen gezielten starken Schlag, so rum. So hört sich's besser an, auf jeden Fall. Na? Das ist für mich, für mich ist es auf jeden Fall besser. Ich bin der beste Pilot für diese Mission. Und dann schlage ich mal kontrolliert zu, nicht die ganze Zeit nicht so eine... Das ist für mich, was wir alles geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Da haben wir noch noch Schimmel. Excalibur, jetzt auf jeden Fall, definitiv, ne? Hey, jetzt eine Hechti-Befehle. Los! Das könnte mir auf jeden Fall gefallen, ey. Okay, aua, wie viel es abzieht! Das ist nicht geplant. Aber du bist halt voll langsam, ne? Da fehlt's, bis der mal ausholt, ne? Das brauche ich sowieso nicht mit dem Blaster. Ich werde es mal spielen. Nein, das will ich doch gar nicht. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Schau mal, was sagst du aktuell? Gibt's da gerade aktuell was zum Zocken? Aber ich seh schon, du hast mich vermisst, weil jetzt bist du auch zu Twitch gekommen, ne? So, eine Sekunde. Ja, das war's. Amen. 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 So. Wie momentan spielst du nichts? Warum nicht? Warum nicht? Bist du aktuell nicht gut in Stimmung? Oder an was scheitert es? Oder brauchst du auch so ein Excalibur? Ne? So ein Excalibur Laserschwert. Hä? Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Tschüss. Von da kam ich. Was? Was? Kann ich mal was ausprobieren? Keine Gegner? Warum nicht? Und dann kommt das mit dem Abyss. Wie? 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 so was nachforschungen gibt es im osten des tals eine verlassene siedlung sehen wir sie uns mal an gerücht hier ist auch ein gerücht überall ist ein gerücht jetzt bin ich wieder hier schaut man wie groß das ist ich kann aber schnell reise machen hier auch da ist was hier ist was hier ist überall was schau mal an bleibt hier sie mal was wir gefunden haben vor acht stück gleich danke kommen wir lauter gute sorgen schenkt ich werde es mal abgeben dieser außenposten bringt dich um wenn du nicht aufpasst siehst du etwas was dir gefällt das gehört zu meinen favoriten stirnband das brauche ich das brauche ich weil es ist ein gutes geschäft wenn du sie da war ja was für irgendeine trophäe war das mit dem schirnband weiter gehen entspann dich mal entspann dich mal mit dem sich eine reisende musikäre und ein dj droide aus den kernwelten auf kobo dachte nicht so etwas von dir zu hören weißt du warum sie hier sind sie sind zum talplateau gewandert um die geräusche der wildnis zu samplen die geräusche der wildnis können von kreaturen kommen die dich töten können man kann jedenfalls keine bombigen beats rausbringen wenn man tot ist mal sehen ob ich sie finde das hoffe ich bis zum nächsten mal kumpel so ist hier noch irgendwas das ist oben auf dem dach ne gris hatte schon immer einen grünen baum wusstest du dass er mit seinen pflanzen redet ich muss meine mitte finden so schnellreise also wenn es hier keine schnellreise in dem spiel geben würde ich glaube das wäre verrückt das wäre viel zu viel zu laufen viel zu viel so kommt man überall wirklich hin mit dem schnellreiseportal das wäre viel zu tun das wäre sehr wichtig es ist das ist Hier geht es weiter. Wir durften nicht mehr weit weg sein, ich sehe aber nichts was wie eine Siedlung aussieht. So kommen wir da durch, los gehts. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Boah, wie das wieder hier unten aussieht. Hallo Vogel, ich habe gedacht du fliegst. Hallo Vogel. Achso ey. Runter, runter. Hoch. Hier liegt alles in Trümmer. Komm hoch. Kopfkaltjäger. Oho, er sagt dasselbe wie ich. Zeig mal her. Herr Ruf. Guck. Der Ruf. Der Ruf. Stürzt du es langsam? Stürzt. Hilfe! Das ist nervig. Er kann fliegen und ich muss irgendwie auf Distanz bleiben. Jetzt bräuchte ich auch den Blaster. Ich habe aber keinen. Jetzt darf ich wieder so weit dahin. Alles gut, ich reg mich nicht auf. Komm, 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 komm! Mann, ist das widerlich, das Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Da! Der hängt an der Wand. Komm, hoch, hoch! Ach Leute, ich schmeich zerbrech das Spiel gleich. Ey, so nen Scheiß mit diesem Fliegen hier, ne? Anstatt er es nicht automatisch macht, wie in anderen Spielen auch. Komme! Du musst dich und mir anstrengen! Nichts bist du nicht! Hilf mir, BD! Das ist schmerzhaft! Nimm das! Gib mir einen, BD! Hör mich doch! Hierher, Kumpel! Oh! Das war toll! Ich bin Cage Vander! Dieser... Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen! Kel! Du hast uns wohl beobachtet! Das haben wir doch alle, Kel! Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Raybis bösen Jungs den Garaus macht! Ganz nebenbei! Echt stark! Ich liebe große Auftritte! Danke! Und was willst du? Na, was ich will, Kel, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast! Bist nicht der Einzige, der noch Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden! Nimm dir den Kopfgeldjägern ab! Nimm dir den Kopfgeldjägern ab! Und ich geb dir dafür etwas... Hübsches! Er gehörte also zu Axiombrot! Es werden noch mehr unterwegs sein! Du hast es erfasst! Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind! Komm zum Salon! Dann helfe ich dir den Jägern zuvor zu kommen! Na gut! Ich überleg's mir! Alle haben einen Jetpack, nur ich nicht! Kopfgeld hier können jetzt über den Eiswürgern gefolgt werden! Ach sooo! Hey, sieht er das an? Eins von sechzehn? Komm schon, Kumpel! Wir müssen immer noch Deggans Zuflucht finden! Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist! Und dann reife nach ihm! Ich denke ich... Da! Ich hab's gespürt! Genauso sehr gut, Padawan! Ihr war also nicht danach, mir da gerade zu helfen? Ohne Bezahlung? Ich glaube nicht! Das waren ziemlich gute Techniken! Danke! Du wärst vielleicht ein guter Kopfgeldjäger! Ja! Schau! Der Park, habt ihr das gesehen? Oh! 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 Hey BD! Oh! 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 Ah! das muss die stelle sein von der cordova gesprochen hat so ich bin auch schon so richtig müde blaster jetzt habe ich alles mehr gibt es nicht oh 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 ich glaube ich werde ausmachen ich bin auch schon müde ich bin müde ich bin auch gereizt weil ich müde bin so ich danke euch fürs zuschauen ich hau jetzt ab schlafts gut ich würde sagen bis später und ja servus machts gut alle miteinander